Montagabend, 11. März, 18.30 Uhr im Rheinland. Haben Sie eine Idee, was gerade vor meinem Bürofenster stattfindet? Ich sag's Ihnen. Es schneit, als gäbe es keinen Morgen mehr. Heftig. Zu einer Zeit, wo man sich eigentlich bunte Blumen und Sonne wünscht. Und wissen Sie, wonach mir jetzt gerade wäre? Ich würde mich jetzt gerne mit einem guten Buch und einer Tasse Tee aufs Sofa legen und meine erste Winterdepression 2013 nehmen. Apropos Depression. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, dass bereits 9 Millionen Deutsche an Burnout erkrankt sind? Dass 18 Prozent der Deutschen einmal im Leben erkranken werden? Dass jeder fünfte Deutsche Erwerbstätige, also 20 Prozent der Arbeitnehmer, Gefahr laufen, in den nächsten Jahren an Burnout zu erkranken? Diese Zahlen sollten Sie nachdenklich machen. Denn als Unternehmen kommt da einiges auf Sie zu. Das eine sind die Kosten. Denn Burnout ist nichts, was man so wie eine andere Krankheit mal eben mit ein paar Medikamenten innerhalb von 10 bis 14 Tagen auskurieren kann. Sondern Burnout betrifft die Menschen langfristig. Und nicht nur die Menschen, sondern auch Sie als Unternehmen. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht nur als Kostenpositionen und in einer Kosten-Nutzen-Rechnung sehen. Sondern ich gehe davon aus, Sie sehen sie auch als Menschen. Und das ist doch schrecklich. 4 Millionen Menschen in Deutschland sind akut depressiv. Mit eventuell sogar Suizidgedanken. Wie würden Sie damit umgehen, wenn Ihr Arbeitnehmer morgen nicht mehr am Arbeitsplatz erscheint? Wenn er nie mehr kommt? Das macht nachdenklich, oder? Sie können aber etwas dagegen tun. Denn Sie können in Ihrer Unternehmenskultur Änderungen vornehmen. Sanft, aber hilfreich, um dem Thema Burnout entgegenzuwirken. Um Kosten zu sparen, aber auch um Mitarbeiter zu schützen und letztendlich auch sich selbst. Denn auch Führungskräfte haben Burnout. Haben Depressionen, auch wenn Sie es ungern zugeben wollen. Insbesondere Männer tun sich da gelegentlich etwas schwer. Was genau Sie zum Thema Burnout tun können, das verrate ich Ihnen demnächst. In meinen neuen Videotutorials. Das erste wird am 15. April erscheinen. Wenn Sie aber mehr wollen, als nur kleine, bescheidene Häppchen, die Sie in Ihren Arbeitsalltag einbauen können. In bewegten Bildern und in netter Sprache. Dann können Sie mich auch buchen für Trainings, für Coachings, für Beratung oder auch für einen Vortrag. Und ich verspreche Ihnen auch das Thema Burnout kann man launig präsentieren. Aber so, dass es dennoch nachdenklich macht. Denn es ist wichtig, dass wir alle darüber nachdenken, dass wir Menschen sind und dass wir mit Menschen zu tun haben. Dass Sie Achtsamkeit, Wertschätzung und Respekt verdienen. Und genau an dieser Stelle setze ich an und möchte Ihnen heute Abend meine Wertschätzung entgegenbringen. Dafür, dass Sie mir bis hierher zugehört haben. Mein Name ist übrigens Bettina Schöbitz von Rentability Entwicklungsmanagement in Mettmann bei Düsseldorf. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann rufen Sie mich doch einfach unter der 0210424830 an. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen erfolgreichen Tag. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.